Doch, aber dann müsste ich komplett hinten... Kannst du doch direkt anschließen. Warum hast du vorne einen dran, Anna? Ja, da ist meine Festplatte. Dann hast du den Anschluss. Ah, nicht deshalb habe ich die Festplatte hinten dran. Ne, mein Headset ist dran. Das geht über USB. Scheinbar schon, ja. Warum das nicht? Über einen Controller? Ja, mein Headset braucht Strom durch die USB. So ein krasses Headset hast du? Ja. Cool. Ich stehe jetzt MP5 mit ARCOG. Jetzt habe ich mit ARCOG gespielt. Ja, ich mache das. E90 mit ARCOG kostet nicht nur 20 Schuss mehr. ARCOG ist okay. Hast du einen Gefallen gefunden an Echo? Nee, ich will doch nur die Japs mehr rauskommen. Ach so, okay. Hat er schon wieder die Japs gesagt, ne? Boah, muss ich hier viel ausdrehen. Unglaublich. Ja, live im Stream hier sagt er sowas hier. Ja. Ich kann so oft wegretuschieren das, deine Beleidigung hier. Hört man Daniel gar nicht. Aussie-Pocken und was weiß ich alles rumwerfen. Ich meine, äh, Witze über Aussie ist das Unfallein, aber über Ausländer? Wenn man einmal Japsen sagt, wird man direkt verurteilt. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogenagutbehälter schützen. Verstehe ich nicht. Tja. Political Correctness. Arsch. Pack mal's Hauspark. Ein Trönchen gibt ein Trönchen und fährt noch hier rum. Ja. eine Twitch Drohne eine normale war auch noch hier vielleicht ist die eine Twitch Drohne ja ich greife wahrscheinlich schon ein paar hinten an Fenster meinst du? ja Fenster eventuell dann noch mit Thermalt, falls sie den haben so dass die Fenster hier ist offen wann den da am besten umlaufen da oben laufen die Gegner da die haben auch aufgesprengt hinten ein Loch an der Wand dann ich klingel ich habe wieder nicht geklingelt diesmal ich glaube oben ist auch was drin hier ist zumindest die Tür offen oh der hing ja ganz oben das habe ich nicht gesehen scheiße nicht bedacht kacke nicht schlecht was der da gewartet hat mhm NEEEIN NEEEIN oh mit dem Scheiß Schell Dämpfer das gibt's ich sehe was hier vorhand ah die haben die Camps gehackt die Olle ich habe die Olle aber geholt ich habe die Olle aber geholt der Hacklachs bleibt ja vorhand ich habe auch ein Fenster scheiße versuch was wert naja Typ macht das mission erfolgreich ist boah der schrotz ey ich versuche mit den leuten zu reden keiner hört mir zu sich noch mal interessiert uns aber nicht stumm schalten sehe ich das wenigstens nicht wenn er was sagt die schwester von hibana wird sie damit sagen dass sie hatten gleich aussehen ich habe gesagt dass sie aussehen wie schwestern nicht dass alle gleich aussehen ja aber das sind zwei unterschiedliche völker und es könnte ja sein dass der in japan geboren ist und die anderen in korea das war absolut rassistisch was du gesagt hast ja was die koreanische mutter in japan gefördert hat zu spät stefan du hast verkackt das war rassistisch nein du hast mir was rassistisches in den mund gelegt du hast mir was braunes in den mund gelegt sozusagen nee 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 mute favela sind oben und haben die eigentlich auf favela dann ich bin doch gar nicht nase ich bin doch gar nicht naja wie frech eigentlich auf der grünen ist da misst mit hause wir haben von mir aber noch ruck ruck was nein ich glaube ich habe da gerade flossen so sehr gut ist das ist ja bei diesem einen büror um da oben durch diesen übergang ich bin hast du mal die übrigen büror um das zu uns ist ein Traum in diesem büror um den anderen büros aus der russ büros dann ist es büros der 2 Was mache ich denn jetzt hier mit Dörte? Höttern rufen. Ja, das könnte ich machen, wäre frech. Das ist ein C-A-Wort gerade aufgemacht. Nämlich 20 Schuss mal hier aufschießen können. Das ist zu hoch. Raus aus dem Sprengbereich! Oh, Franz ist online, da können wir doch nur einen Rang spielen. Tja, voll geil. Kann er muss nicht? Da haben wir älter gefunden. Weiter zu seiner Position. Der ist rechts in die Ecke. Oh, fuck! Ben, du bist noch... Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn in dem ersten Raum da, wo du angreifst. Egal. Ne, nicht egal. Ansonsten sieht hier cool aus. Oh, doch! Ich hab aber was zerstört heute. Jo, das ist cool, Daniel. Hier. In drinnen. Ist die Tür schon offen, Stabby? Ja, ja. Oh, Stefan, da kommt einer! Ja, ich weiß, dass er wird nicht weggekacken. So, wie frech. Hallo! 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 Der zweite kommt auch hier. Geht raus. Und noch einen? Zwei sind jetzt raus. Dann hier rechts! Oh, Mist! Hinter den Dings. Ja. Hinter diesem Trailer, in der Standard-Ecke. Fuck, Sport von der kleinen Wurz. Beweis ist die andere Seite. Ich muss es. Eben nachladen. Habt, Doc. Nice. Der letzte ist dann im Raum, wo... Ich dringe in den Netzwerk rein. Standard-Ecke? Ja, ich gucke Lichtcamps. Ja, da war... Wenn das der letzte... Immer von zwei Seiten, oder? Ich probiere den mal erstmal von unten ein bisschen zu sprayen. Dann lieber die Pistole. Ja. Okay, dann machen wir jetzt von zwei Seiten. Es könnte sein, dass die Frost hatten, ne? Also aufpassen. Sag an. Na Moment, ich muss erst die Cam zerstören. Auch wenn wir die geägt hatten. Ich... Habe ich jetzt echt frame durchstarten? Ähm... Jo... Lasst probieren. Luca? Eins, zwei, drei. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Nice, danke. Du warst... Ja, keine Ahnung, Franz. Muss du Lukas fragen. Ob der noch ne Runde... Bei mir glaube ich auch nicht. Ob der noch ne Runde... Wenn er durchstehen will. Na, ist doch genau. Das ist schon weniger verlieren. Ja, das hab ich ja nicht gesagt. Ich weiß nicht, Lukas, willst du noch einen Rang spielen oder ist jetzt zu spät? Ich hab grad gesagt, es ist auch keine Rang mehr, oder? Achso. Dann hab ich nicht verstanden. Hab ich ja gesagt. Müsst ja nicht unbedingt dran sein. Ja, dann muss ich... Ah, ich kann auch noch. Dann muss ich wohl noch die Batterien finden. Aber dann bin ich schnell dabei. Ja, aber glaube ich auch gleich weg. Hat der locker, bist du nicht dabei? Ne. Ja. Wie nehm ich denn? Das ist wie... Ähm... Sex mit ner Taschenbuschi. Ja, Franz. Da war auch was, war ne? Ja, wenn man nicht mehr bekommt, ist das schon das Beste, aber... Ja, eben. Du bekommst halt jetzt nicht mehr, ne? Ich geb dich ja recht zufrieden. Ja, gut. Da ist mit dem Chat, da steh ich jetzt dann über, da ist dein Geld zuvor. Ja. 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 Das ist cool. Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahrgut behält. Und es ist nur lustig dann die ganze Zeit drauf rum zu bleiben. Auf der Taschenbuschi. Ich will drauf rum. Ich will drauf rum. Du bist ja auch nett. Ja, das stimmt. Ich. 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 10 Sekunden noch. Es bleiben 5 Sekunden. Beschützt den Bio-Gefahrgut behält. Mit jedem Preis. Alter, ihr schreibt viel zu viel. Ich finde dieses Scheiß genommen. Parkplatz Eingang und Parkplatz Gasse. Passt du da auf, dass ich mit ihm laufen werde? Ich habe hier auch zweimal Blenden gelegt, also falls einer unten kommt. Und bei dir da ins Fenster, an deinem Fenster habe ich auch einen Blenden gelegt. Falls da was drin kommt. Da ist der einzig einer rein. Ist einer oben. Schwingt sich auch noch an den Rand. Sind die schon hier in diesem Bereich? Ja, bei mir hier an der Tür. Die schwingen außen rum und ein paar müssen schon außen rum laufen. Ich bin schon in ein Nate reingekommen. Von Fenster aus. Am 3. Februar ist das, ne? Und dann bist du sofort freifremd. Siehst du die Holstwand hier, Rewe? Steht da einer? Ne. Aber wenn du ungefähr hier schießt... Ne, warte mal. Auf jeden Fall hier von der Seite am Fenster. Dann schießt du geradeaus durch die Tür. Das könnte ich dir ansagen, wenn da einer theoretisch kommen würde. Die Tür ist offen. Ich sehe auf jeden Fall, wenn einer durchläuft. Ich rufe es da raus, wenn sie nicht ein bisschen sein können. Wie ist das? Ist denn da noch irgendwas? Also siehst du da noch was? Egal, ist ruhig. Die scheinen auch grad von Warners zu kommen, die Boys, ne? Der Kollege hat einen da einen Zwischendor holt. Steffert, sähe ich mir hier in Ruhe den Berg. Zulies umkämpft. Fenster ist jetzt da immer klein gekommen. Ja, und so, und kleinen Büros. Ach, wer alle geht's hier. Nur wurde den Rücken gesaved da, Stefan. Mhm, mhm. Äh, ist die Game, ne? Mhm, mhm. Die Zeit. Josh.